Seid gegrüßt alle zusammen und herzlich willkommen zur 721. Folge vom Let's Play aus der 2. Unibus Simulator und mir auch Julio Lisa. Ich heiße dich alle herzlich willkommen zurück von der Tippenwoche auf der Karte Manningen V2. Hier befahren wir die nächste Linie, das heißt Linie 65i. Sie führt uns vom Campus Mackenrode nach Neu-Tulpenmöße. Fahrzeit dauert zwischen 40 bis 45 Minuten laut Fahrplan. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz O530 Ditaro G 10G Euro 2 ZF. Im Getriebe OM 447 HAL A Euro 2 ZF Ecomat 5HP 592. Wir fahren im Memorialenwetter Stuttgart. Wir fahren jetzt auch direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Fahrt und für immer gute Unterhaltung. Drei. 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 Nächste Haltestelle Mackenrode Villa. Nächste Haltestelle. 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 Sehr geehrter Fahrgäste, ich heiße Sie herzlich willkommen von der Express-Linie 65i. Sie führt uns von Campus-Macken-Rote nach Alt-Tulpen-Möße. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute geschätzter Busfahrer und will Sie sich anfangsamt durch das regnerische Manigent begleiten. Was ich in Frage mit der Anregung haben, können Sie gerne jetzt, wenn Sie mir da vorne kommen. Deswegen kann ich das vorgesehen, wenn Sie jetzt zur Verfügung. Aber bitte dürfen Sie mich nicht benötigen, fragen. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Nächste Haltestelle 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Vielen Dank. 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 ZDF Ecomat,